Hi Folks! Herzlich Willkommen zum Loot Raider Unboxing im August hier auf dem Kanal mit mir, mit eurem Bernie81. Ja, dieses Loot Raider Unboxing ist kein normales, es ist ein besonderes, denn für mich persönlich heißt es nach zwei Jahren Abschied zu nehmen von Loot Raider, denn ich habe mein Jahresabo nicht verlängert. Ich habe hier zwei Jahre Loot Raider in der Hand, das sind die Karten auf denen man immer den Loot sieht, was man so in der Box hatte. Und ja, wie gesagt, ich hatte jetzt zwei Jahre hintereinander ein Abo und habe es nicht verlängert und zwar habe ich es nicht verlängert, weil ich einfach mal was anderes ausprobieren möchte und das tue ich ja auch mittlerweile schon. Ich habe eine Box von NerdBlock und von Loot Crate bestellt, dazu sage ich später nochmal mehr. Ja und das ist eigentlich so der Grund, warum ich einfach mal Loot Raider jetzt ruhen lasse und sage Bye Bye und Tschüss Loot Raider. Zumindest ja erstmal für ein Jahr, solange ich die anderen beiden Boxen habe. Und ja, ich möchte aber noch ein paar Worte sagen, denn also zum einen hat mich auch dazu bewogen das Abo nicht zu verlängern, dass mir der Loot in den letzten Boxen nicht ganz so gut gefallen hat. Loot Raider hat ja so ein bisschen das Konzept geändert, hat die Themen weggenommen, hat jetzt quasi nur noch Random Boxen. Es soll auch ab und zu mal eine Box mit einem Thema kommen, aber früher war es ja genau umgekehrt. Immer eine Box mit einem Thema und ab und an mal eine Random Box. Jetzt halt eigentlich nur noch Random Boxen. So, das ist eine Sache, die mir zum Beispiel nicht so gut gefallen hat. Es hieß, dadurch soll die Qualität des Loots verbessert werden. Habe ich jetzt nicht so gesehen, aber das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Und ja, wie gesagt, und weil ich halt einfach mal was anderes ausprobieren möchte. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, um Gottes Willen, nie wieder Loot Raider. Das ist Quatsch, aber so eine Pause nach zwei Jahren, die finde ich, sollte jetzt einfach mal sein. So, und ich habe hier wie gesagt zwei Jahre Loot Raider in der Hand quasi und habe einfach mal die für mich persönlich fünf besten Sachen aus den letzten zwei Jahren Loot, habe ich mir mal rausgesucht. Da ist kein T-Shirt dabei. Das sage ich schon mal direkt, weil mich eigentlich fast alle T-Shirts bei Loot Raider überzeugt haben. Die fand ich immer gut und deswegen ist jetzt in meinen quasi Top 5 des Loot Raider Loots ist da kein T-Shirt dabei. So, zum einen, und das war glaube ich sogar die erste Loot Box, die ich bestellt habe, war die Legend of Zelda Tasche. Ja, die habe ich jetzt natürlich leider nicht hier. Ich denke mal, ich blende euch die ein, die Sachen, dass ihr die mal kurz seht auf dem Foto, denn sonst wäre das ja ziemlich behindert. So, das auf jeden Fall eine sehr geile Tasche gewesen. Dann die Transformers Lampe. Die seht ihr ja hier sogar im Hintergrund. Die fand ich super. Die steht da und die passt da auch top hin. Dann, den seht ihr jetzt nicht. Der steht da oben. Der Warm, ein Plüsch-Warm. Der ist auch ziemlich cool, vor allen Dingen auch ziemlich groß. Und ja, deswegen gehört der auf jeden Fall auch in meine Top 5. Dann eine Cap und zwar die Get-Alive-Cap mit einem Mario-Pilz drauf. Die hat übrigens der Warm auf. Die steht eben auch ziemlich gut. Ja, und dann wäre da zu guter Letzt noch dieser Big Bang Theory Taschentuch-Spender im, ähm, ja, in diesem Magic-Würfel-Outfit, sag ich mal. Ja, und das waren meine Top 5 Sachen, die, ja, so in den letzten zwei Jahren dabei waren. Ich meine, da waren noch viel mehr dabei, aber das ist eigentlich so das, was mir, wie gesagt, am besten gefallen hat. So, und damit legen wir jetzt quasi zwei Jahre Loot-Vader-Adapter. Bevor wir jetzt in die aktuelle Box reingucken und ich für euch das letzte Mal den Loot auspacke, möchte ich mich bei Loot-Vader vor allen Dingen auch mal bedanken, denn am Anfang gab es da so ein bisschen Probleme, denn, ja, da hat was mit den Zahlungen irgendwie nicht gepasst. Dann habe ich das Geld komplett überwiesen bei meinem ersten Abo und dann habe ich dafür aber auch nochmal eine extra Box bekommen. Das fand ich super kulant. Dann hatte ich mal ein Gewinnspiel veranstaltet und auch dafür hat mir Loot-Vader Loot zur Verfügung gestellt. Super, top, Daumen hoch. Und, äh, ja, deswegen, wie gesagt, ich komme bestimmt irgendwann mal wieder, also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sage, nie wieder Loot-Vader, das ist absolut Quatsch. Das möchte ich auch nicht, das wäre auch, äh, unverdient. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Pause und für alle, die jetzt, äh, irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und meinen, oh, bei Bernie gibt es ja jetzt gar keine Unboxings mehr, wie gesagt, Schwachsinn, es gibt Loot-Crate und Nerd-Block, also, da könnt ihr auf jeden Fall auch feine Sachen sehen. Okay, jetzt aber genug, denn es geht los. Wir werden jetzt zusammen die Box des Monats August zusammen, ja, auspacken. Eine Sache noch ganz kurz, wenn mir natürlich mal irgendwie was so geil gefällt, dass ich sage, das muss ich unbedingt haben, dann bestelle ich mir die Box einfach, ja. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit, den Loot nachzukaufen, ja. Und was ich richtig fies finde, ist, ich habe das heute bei Twitter, meine ich, gelesen, dass Loot-Rader nächsten Monat eine Mega-Box rausbringt, die irgendwie doppelt oder, ich glaube nicht, sogar dreifach so groß ist wie eine normale Box. Da habe ich natürlich verkackt, weil, wie gesagt, in diesem Monat, ja, ist das meine letzte Box. Jetzt aber auch genug gelabert, jetzt wird angeboxt. So, hier ist die Box. Hier ist das berühmte Unboxing-Messer. Und ich bin sehr gespannt, was mich jetzt in meiner letzten Box erwartet. Sie ist relativ schwer. So viel kann ich schon mal verraten. So, ihr seht noch nichts. Ich sehe aber schon ein bisschen was. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem T-Shirt an, denn die T-Shirts haben mich, wie gesagt, immer überzeugt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was ich bekomme. Okay. Ein Batman-Shirt. Und zwar Straight Outer Arkham. Ich hoffe, ihr könnt das vernünftig sehen. Es sieht auf jeden Fall cool aus mit diesem Joker-Smile. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich sage ja, bei den Shirts, da bin ich eigentlich immer sehr zufrieden gewesen. So, was sehe ich hier? Das ist, ja, der gute alte Deadpool. Was ist denn das jetzt hier genau? Ist das ein Aufkleber? Ja, das ist ein... Ihr seht das hier ganz schön. Na, komm. Hier. Es ist ein großer Deadpool-Aufkleber. Ob ich den wirklich aufklebe oder ob ich mir den irgendwo hinstelle, das weiß ich noch nicht. Aber der ist auf jeden Fall sehr cool. Ah, und was sehe ich da? Geil. Endlich mal Buttons, die mich auch anbocken. Verdammte Scheiße. Denn ich hatte, glaube ich, in den zwei Jahren zwei-, dreimal irgendwelche Buttons dabei, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Und diesmal sind da richtig geile Buttons dabei, nämlich Guardians of the Galaxy. Ein mega geiler Film. Wer den noch nicht geschaut hat, selber schuld. Also da kann ich nur sagen, den muss man sich unbedingt geben. Also cool. Guardians of the Galaxy Buttons. Dann ist hier ein, den muss ich mal natürlich verdecken, ein Game Key dabei. Und zwar Chromagun. Äh, ja, gut. Das sagt mir jetzt nichts. Eventuell könnte ich den auch verlosen. Schauen wir mal. Ja, dann haben wir hier, ja, das war es schon fast. Dann haben wir hier noch, deswegen war die Box so schwer, ein Reisebecher, ein Kaffeebecher von Superman. Auch ganz cool. Und wenn ich jetzt richtig gucke, dann, ja, dann war es das. Dann war es das. Okay. Dann, ach das, okay. Jetzt habe ich mich ein bisschen vertan. Das ist kein Deadpool Aufkleber. Das ist ein Deadpool Mauspad. Nein. Vergesst es. Das werde ich nicht als Mauspad benutzen. Weil das ist viel zu cool, um da meine Maus drüber rollen zu lassen. Also, wie gesagt, entweder klebe ich das irgendwo auf oder stelle es irgendwo rein. Aber das werde ich definitiv nicht als Mauspad benutzen. Ja, das war es dann auch schon wieder. Ich stelle das hier nochmal alles gerade so hin. Das macht der Game Key. Ja, liebe Freunde, Folks, das war es. Das war das letzte Mal Loot Raider Unboxing für unbestimmte Zeit hier auf dem Kanal. Hier bei mir, mit mir, mit eurem Bernie81. Ja, schreibt mir in die Kommentare, wie euch der Loot gefallen hat. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr es schade findet, dass es jetzt erstmal kein Loot Raider Unboxing mehr gibt. Oder ob ihr sagt, ja, nach zwei Jahren kann ich das verstehen. Nach zwei Jahren würde ich auch mal was anderes ausprobieren. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kommentar. Natürlich auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. und, ja, was soll ich sagen? Das war's. Macht's gut. Ciao, Ludweda. Ciao, Leute. Wir sehen uns. Ich bin raus. Euer Bernie81. Ciao, ciao. Also,えっramos auf inferiorem 미 over. Ciao. Süo. Süo. Uo. Süo. Süo. Vielen Dank.